Hey! Hallo zusammen! Gestern ein Auftritt in Burgdorf, vorgestern Auftritt in Haddorf und Hund Kinderfasnacht! Es ist so cool, ich habe mich so gefreut auf dieses Wochenende. Es ist so entspannt und meine Kinder haben zwar nicht mehr so Lust auf Fasnacht, aber ich fand, ich kann gleich, um eine schöne Stimmung mitzunehmen. Hey, hey, Laura! Scheiss kommt endlich! Untertitelung des ZDF für funk, 2017